Kennst du dieses Gefühl? Du kannst dich selber nicht mehr leiden. Irgendwie scheint alles um dich herum schief zu laufen. Ob im Beruf, ob in der Partnerschaft. Die Dinge nerven dich immer mehr und alles klappt nicht so, wie es sein sollte. Puh, wie kommt man da raus? Es gibt viele Wege. Ein ganz einfacher Tipp, den gebe ich dir jetzt. Hör genau zu. Am besten machst du dir eine Liste darüber. Schreibst es jeden Tag auf. Und zwar machst du genau dasselbe, wie dieser Mist in dich reinkommt, bloß im positiven Sinne. Das heißt, du erinnerst dich bei deinem Partner und bei einer Partnerin. Erinnere dich mal dran, warum du mit ihr zusammen bist. Was sie Liebenswertes, eher Liebenswertes an sich hat. Erinnere dich an all die schönen Situationen mit ihr. In deinem Beruf genau dasselbe. Es gibt bestimmt Dinge, die in deinem Beruf oder in deinem heutigen Tag gut gelaufen sind. Achte auf die. Achte darauf, warum du diesen Beruf hast. Schreib sie auf und so fokussierst du für dich.